So, gleich haben wir es. Gleich sind wir an dem Punkt. Ich glaube jetzt schon. Okay, sie sind doch gestorben. Jetzt hat es sich so angehört. Halt mal auf mit der Scheiße, ey. Jetzt hat es sich so angehört, als ob die unten irgendwo hingefallen wären. So, wo kommen wir hin? Oh, Mini-Slops! Moment, die können wir doch hier einsperren, oder nicht? So. Okay, I know what I have to do. Na, vielleicht sind die auch zu klein zum Sterben. Das hört sich doof an. So, kann man hier weiter? Oh, da ist der Fleischsack. Ähm. Ich habe noch keinen nach unten geholt, ne? Die sitzen noch alle oben. Ist schön. Der Fleisch sagt mir den Stein, genau. So, drei Fleisch haben wir. Jetzt sagen die Baller mal auch einfach mal nach unten. Oh, jetzt habe ich den ausgesperrt. Ist das gut gewesen, dass ich den ausgesperrt habe? Waren... Moment, das sind drei Leute, ne? Ja, nice. War doch perfekt, oder nicht? Oh, jetzt habe ich mal noch ein neues Fleischstück. Ist alles zu. Okay. Okay. Kommt ihr mal mit hier? Gucken wir hier vorne schon mal die Tür aufmachen? Ähm. Da wollen wir aber noch nicht hin, sondern ihr kommt noch mal mit. Jo, Jo. Okay, okay, okay. So. Jetzt setze ich die mal hier hin. Warte. Okay, okay, okay. Ich hoffe mal, dass er die jetzt nicht anfällt, sondern dass er auf mich fixiert ist. Oh, da war aber ganz schön eng. Reicht eins? Eieieiei. So. Fällst du nicht an? Das ist sehr schön. Dann sperre ich dich nämlich hier ein. Dann kannst du uns hier nicht mehr in die Quere kommen. Alle. Jo, Jo. Okay. 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 Wo seid ihr denn? Mann, Trödelfutzis, ey. So, ich weiß jetzt nicht, was hier kommt. Nichts. Na gut. Gut. Ich finde dieses Ding da oben auch irgendwie so cool. Dieses Verbindungsstück, weil so ein bisschen aussieht wie von so einem Grammophon, das Rohrteil da. So, wir haben noch. Ja. Dann ziehen wir den auf die andere Seite schon und können wir ganz gemütlich ins... ... ... ... ... ... ... ... ... ganz gemütlich ins andere Level gehen. So. 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 Wunderschön. Ich denke mal, das wird jetzt das Level sein, was ich denke, was es ist. Und? Nee. Okay. Ähm. Okay. Wir gucken uns erstmal einen Plan an. Plan an. Plan an, 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 an. Vielleicht ist das doch aus dem ersten Teil. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube Zulag 9 da unten ist das, oder? Weil das sieht so aus, als ob das das sein könnte. Aber ich bin mir nicht so sicher. Hm. Ich würde sagen, wir machen erstmal Zulag 9, weil das sieht am beschissensten aus. 39 gibt's hier. Machen wir erstmal hier das hier. Ja. Das ist es. Das ist das, was ich im Kopf hatte. Tja. 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 Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Wie soll ich denn das machen? Ich habe ihn auf jeden Fall gerade mal geohrfeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon ausprobiert hatte, ob das geht. Also ich wusste, mir wurde erzählt, dass es geht, aber ich wollte es mal machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gemacht habe. Confusing. So, was ist? Wenn du da ziehst. Ah, Mann. Ah, okay. Es ist so ein doofes Level, ne? So, was steht hier? Es ist Zeit für die Soulstorm Fragestunde. Frage. Frage. Ich habe gerade Soulstorm Brew getrunken. Was soll ich jetzt tun? Antwort. Nur nicht furzen. Du könntest eine Sicherheitskugel zerstören. Nicht denken. Trinken. Dann zerstören wir mal eine Sicherheitskugel, ne? Äh. Wollen wir mal gucken, wie. Wie. Wäre ich nicht einen Weg, einen Schritt zu weit gegangen, dann hätte es, glaube ich, funktioniert. Einen Weg zu weit. Ist klar. Ich muss gleich noch schnell zum Netto eine Packung Merci kaufen, denn unsere Nachbarin hat schon so viele Pakete von mir angenommen und es ist schon wieder eins angekommen. Okay. Dann muss ich dir mal was geben, du. Jetzt wohin läuft der ein bisschen Schatten. Das ist blöd. Haben die, glaube ich, extra so gemacht. Oder bis wohin läuft? Läuft der da bis zur Mitte? Es kann mir egal sein. Was sie das nicht gehört hat, ne? So. Ich muss nur noch hoffen, dass der uns nicht tötet. Wenn nicht, muss ich nach unten gehen. Okay. Es hört funktioniert. Party. So. Erstmal Hebelchen ziehen. Okay, der hat den Brunnen angemacht. Gut, aber mehr können wir jetzt hier nicht reißen, ne? Ja, dann wollen wir den mal putt. Putt, putt, putt. Und dann können wir... Ich lass den mal noch da oben sitzen, weil ich weiß nicht, was hier jetzt noch so kommt. Dann können wir jetzt hier mal in den nächsten Brunnen einspringen. Wo kommen wir raus? Ganz oben, oder was? Find ich aber nicht so doll. Du siehst mich nicht. Ich bin so dumm. Erschieß mich bitte. Können wir noch einen Furz mitnehmen? Das macht die ganze Sache doch viel einfacher. Habe ich da oben schon Quicksafe gemacht? Hilfe! 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 So. Den, den, den. Oder kann ich mit dem noch oben reißen, weil oben das Ding offen ist? Das wäre natürlich noch besser. Mal gucken. Ich weiß nicht, hier würde ich noch nichts kaputt machen, weil ich brauche die Slicks vielleicht. Ah, okay. Sehr schön. Und wir nehmen uns natürlich noch einen Pups mit. Kann man ja nie genug von haben. Warum ist der Brunnen nicht an? Das verwirrt mich ein bisschen. Wunderschön. So. Achso, das ist nur sein Ding. Okay, dann. Los! Los! Okay, was ist hier?